was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch allen da draußen ich hoffe euch allen geht es richtig gut und ich hoffe ihr bock auf ein neues video freunde in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die neuen outfits aus dem clucking bell heißt bekommen und abspeichern könnt im clucking bell heißt gibt es ja einige neue outfits mit denen ihr das heißt finale spielen könnt die ihr euch aber leider nicht kaufen könnt allerdings sind diese outfits auch nicht geblacklistet was bedeutet dass wir uns diese outfits aus dem clucking bell heißt finale raus glitschen können und diese outfits ebenfalls abspeichern können ohne dass diese uns dann nach lobby wechsel gelöscht werden und wie das funktioniert zeige ich euch heute hier in diesem video freunde wenn euch das gefällt dann zeigt es mir auf jeden fall mit einem daumen nach oben teilt das video mit euren freunden damit ihr auch wissen wie man die clucking bell heißt outfits bekommt solltest du neu auf einem kanal sein würde ich mich freuen wenn du mir ein abo da lassen würdest und wenn du weiteren content von mir sehen möchtest dann schau doch mal mein tik tok kanal vorbei link dazu findest du unten in der video beschreibung so aber nun genug werbung gemacht lasst uns mit dem video beginnen also let's go also freunde zunächst einmal braucht ihr das heißt finale des clucking bell heißt damit ihr euch die outfits aus dem heißt finale raus glitschen könnt spielt dafür einfach alle vorbereitungsmissionen des clucking bell heißt oder wenn ihr dafür zu faul seid dann nutzt den glitsch mit der spiele liste um das heißt finale direkt starten zu können diesen glitsch habe ich ja bereits am sonntag für euch hochgeladen falls ihr jetzt nicht wisst wie das ganze funktioniert dann schaut euch einfach das video an welches ich am sonntag hochgeladen habe so habt ihr das heißt finale nun offen dann startet ihr dies ganz normal welche schwierigkeit ihr hier auswählt ist auch vollkommen egal da wir den eigentlichen heißt nicht zu ende spielen wenn ihr den heißt mit der herangehensweise aggressiv spielt dann wird euer charakter im heißt finale immer die schwarze maske tragen und wenn ihr den heißt mit der herangehensweise leise spielt dann hat euer charakter im heißt finale immer den kugelsicheren helm auf ich spiele diesen heißt hier mit der herangehensweise leise in diesem video weil ich diesen helm auf dem outfit haben möchte welches ich mehr hier aus dem heißt finale raus glitsche so hat das heißt finale nun bei euch begonnen dann habt ihr jetzt nun das outfit an welches ihr euch ja in der vorbereitungsmission waffen beschlagnahmung ausgesucht habt und wenn ihr in dieser vorbereitungsmission alle outfits geklaut habt dann könnt ihr die outfits hier in diesem heißt finale auch wechseln falls euch das outfit nicht zusagt mit dem ihr gespawnt seid dann könnt ihr einfach hingehen und das outfit wechseln und euch ein anderes outfit aus dem heißt finale raus glitschen dafür müsst ihr einfach das tor öffnen genauso wie ich das hier in diesem video gemacht habe und dann befinden sich hinter diesem tor drei dafür becks und hier könnt ihr euch dann einfach umziehen hier gibt es einmal bei der grünen duffel back das militär outfit mit der militärpanzerung dann gibt es hier bei der blauen dafür weg das mara bunta grande outfit mit der blauen panzerung und dann gibt es hier noch bei der roten duffel back das profi outfit mit der schwarzen panzerung ich möchte aber das militär outfit mit der militär panzerung haben und deshalb glitsche ich mir jetzt nun auch dieses outfit aus diesem heißt hier raus der glitsch funktioniert aber mit jedem dieser outfits ganz egal welches outfit ihr euch aus dem heißt finale hier raus glitschen wollt sucht ihr jetzt als erstes mal eine stelle wo euch keine gegner angreifen ich bleibe einfach hier in diesem raum stehen und eröffnet dann wenn ihr so einen platz gefunden habt euer interaktions menü und dann geht ihr dort auf aussehen scrollt dann runter auf beleuchtete kleidung und hier spammt ihr jetzt nun mit der feiltaste nach rechts oder der x-taste einfach durch so dass sich die ganze zeit die einstellung bei beleuchtete kleidung ändert und das macht ihr jetzt für circa 30 sekunden habt ihr das nun gemacht dann müsst ihr jetzt an dieser stelle euren controller weglegen und einfach abwarten denn nun müsst ihr wegen in aktivität aus dem job gekickt werden das ganze dauert leider 15 minuten bis ihr jetzt nun aus dem job geworfen werdet alternativ könnt ihr aber auch drei bis vier minuten auf das dashboard eurer konsole gehen und dort warten dann solltet ihr ebenfalls wegen in aktivität aus dem job gekickt werden das meint auf jeden fall ein kollege von mir ist die wartezeit nun um und ihr seid jetzt nun wegen in aktivität aus dem job gekickt worden dann erhaltet ihr jetzt nun eine meldung die ihr bestätigen müsst habt ihr diese meldung nun bestätigt dann wartet einfach ab bis ihr wieder im free mode gespawnt seid und wenn ihr jetzt nun im free mode gespawnt seid dann habt ihr nun das outfit aus dem heißt finale an und dieses outfit müsstet ihr jetzt nur noch im nächsten bekleidungs laden abspeichern was ich persönlich ein bisschen schade finde ist dass ihr dieses outfit jetzt nicht großartig bearbeiten könnt denn wenn ihr die hose verändert dann spawnt die panzerung weg und wenn ihr das oberteil unter der panzerung ändern wollt dann spawnt ebenfalls die panzerung weg und dasselbe passiert auch wenn ihr die schuhe auf diesem outfit verändern wollt das einzigste was ihr ändern könnt ohne dass irgendwas beim outfit weg spawnt sind die handschuhe allerdings könnt ihr euch auf dieses outfit auch noch eine maske drauf glitschen das könnt ihr entweder beim pier machen oder ihr macht es wie ich hier in diesem video auf dem schrottplatz zieht euch dafür einfach die maske an die ihr auf diesem outfit drauf haben wollt und wenn ihr jetzt nun die maske an habt dann legt ihr euch einmal ins bett seid ihr nun im bett dann steht die ganz einfach wieder auf geht nun zur garderobe und zieht euch wieder das outfit an welches ihr euch ja gerade aus dem clucking bell heißt rausgeglitscht habt und danach verlasst das menü der garderobe verlasst danach das schlafzimmer und nun spawnt die maske auf dieses outfit und nun müsst ihr das outfit einfach wieder abspeichern gehen in der garderobe neben den outfits die es im heißt finale gibt gibt es aber noch ein weiteres outfit und zwar das clucking bell outfit dieses outfit könnt ihr euch auf der playstation 5 und der xbox series freischalten und zwar wenn ihr im karrierefortschritt alle vier stufen des clucking bell heißt erfolgreich absolviert unter anderem müsst ihr hier fünf millionen gta dollar mit dem clucking bell heißt verdienen und den clucking bell heißt inklusive aller vorbereitungsmissionen in unter 45 minuten als anführer abschließen wenn ihr darauf aber keine lust habt oder ihr auf der old-gen also auf der playstation 4 oder der xbox one spielt wo es eben keinen karrierefortschritt gibt dann gibt es noch einen anderen weg dieses outfit zu bekommen und zwar ist dieses outfit teil der letzten vorbereitungsmission vom clucking bell heißt in der mission unorganisierte kriminalität hier müsst ihr zwei lastwagen verfolgen und diese hacken und danach müsst ihr die fahrer erledigen und dann spawnt neben dem fahrzeug eine duffel bag und hier könnt ihr euch das clucking bell outfit nun anziehen und hier könntet ihr einfach den gleichen glitsch machen den ich euch ja bereits vorhin mit dem clucking bell heißt finale gezeigt habe diesen könntet ihr hier auch einfach anwenden und euch dieses outfit hier einfach aus dieser vorbereitungsmission raus glitschen und ist danach im freemode abspeichern und dann habt ihr dieses outfit auch falls ihr dieses haben wollt ihr aber keinen bock habt es euch frei zu spielen oder ihr halt noch auf der old-gen spielt ok freunde ich hoffe ihr habt diesen glitsch jetzt alle verstanden sollte etwas unklar sein dann schreibt es mir auf jeden fall unten in die kommentare und ich versuche euch dann so gut es geht weiter zu helfen und wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir auf jeden fall einen daumen nach oben da und teilt das video mit euren freunden so das war es jetzt nun aber auch schon wir sehen uns morgen dann im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut da rein und ciao